Ach Frau, ach Jan, ach Schwester, Abnehmen ist doch super einfach. Du brauchst einfach ein Kaloriendefizit und dann nimmst du es schon ab. Vielleicht hast du das schon gehört, vielleicht hat es schon jemand zu dir gesagt. Ich lese es immer wieder auch unter den Kommentaren, unter unseren Videos, unter meinen Videos. Und ja, grundsätzlich ist es auch so. Ich gebe dir recht. Abnehmen ist grundsätzlich ganz einfach. Einfach ein Kaloriendefizit und du wirst abnehmen. Millionär werden ist auch super einfach. Einfach mehr Geld verdienen, als du ausgibst. Und du wirst Millionär. Hilft diese Aussage irgendjemandem? Nein, sie hilft nicht. Also es ist nicht verkehrt zu wissen, denn das ist schlussendlich das Fundament. Aber bei einer nachhaltigen Abnahme geht es darum, das Kaloriendefizit so zu gestalten, dass du es gar nicht merkst, dass du es gerne machst und dass es dir so leicht fällt, dass du im Prinzip wie automatisch abnimmst. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, Kaloriendefizit gleich Abnahme ist das Was. Aber es geht eigentlich vielmehr um das Wie. Und das Wie schaffe ich es, automatisch in ein Kaloriendefizit zu kommen, um nachhaltig abzunehmen, kann von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Personen haben einen unterschiedlichen Alltag. Die eine Person ist zu Hause mit ihren Kindern, die andere Person arbeitet Vollzeit. Die eine Person ist eingeschränkt und kann nicht so viel Sport machen. Die andere Person macht super gerne Sport und könnte gar nicht zwei, drei Tage ohne Sport. Das heißt, Personen sind unterschiedlich. Und so sieht eben auch das Wie ganz unterschiedlich aus. Und was wir machen, was ich mache, Jan Barmann und mein Team ist, dass wir Personen an die Hand nehmen und gemeinsam die Situation dieser Person anschauen und schauen, okay, wie können wir dich über die nächsten drei, sechs, zwölf, auch manchmal 24 Monate an dein Ziel bringen. Egal, ob es 5, 15, 30, 50 oder sogar 60 oder 70 Kilo sind. Wir nehmen dich an die Hand und entwickeln mit dir eine Strategie, sodass du das Kaloriendefizit gar nicht merkst und dir die Abnahme leicht fällt. So leicht, dass du es gerne machst und Freude an deiner neuen Lebensumstellung hast, beziehungsweise an deinen neuen Lebensstil. Und das ist eben schlussendlich notwendig, wenn es darum geht, nachhaltig abzunehmen und gleichzeitig auch der Grund, warum keine Diät langfristig funktionieren wird. Ich freue mich auf dich, dein Jan. Ich freue mich auf dich, dein Jan.